ok machen wir lieber der reihe nach wegen der fähigkeiten und so das wäre besser so und noch mal hüpfen so so viele frei ich glaube diese typen hüpfen gerne die typen hüpfen und das ist dann bestimmt etwas oder nicht warum kann ich sonst hierhin sieh mal an sieh mal einer an ganz zufällig gefunden ja alles klar was ist noch hier kommt die bildsteine höher die bildsteine höher ist ernsthaft nichts mehr hier ist ja gar nichts mehr ist enttäuschend ok dann machen wir der reihe nach gut machen wir hier schön der reihe nach kristall gletscher alles klar das klingt interessant mal schauen was hier so kommt da bin ich gespannt und wieder steine schön viel mehr als der drecksack hier als kleine gebühr haben will aber ist auch gut so wir können wieder schöne metallen nach außen nehmen und im urlaub dann ausgeben schön souvenir einkaufen und so das war ja nicht so toll ok die werden übel danke fürs vorwarnen die werden richtig übel diese typen aber von kristall ist ja nicht so viel zu sehen die eis zauberer halten unseren anführer den schamanen tuk gefangen kannst du ihn retten es ist dringend er hat unsere karten für das heutige hockey spiel im koloss tal ne ok aber woher kennt die uns alle wollt ihr mich verarschen oder hast du das ja so schnell rumgesprochen ok wir müssen die kalten zurückholen und dann will ich auch eins für mich das will ich schauen das hockey spiel macht spaß so du bist frei so und er ist verliebt ok mach du mal du bist auch frei steig aufs katapult dann helfen wir dir über die schlucht ok alles klar na katapult hab ich mir gedacht was wird dann spaß ok die eskimos sind ja ganz cool die haben hier viel drauf und natürlich machen sie schneeball schlacht da will ich mitmachen ich mach feuer schlacht feuer schlacht hui da bin ich denen überlegen hehehehe keine chance also dir kommen später oh geil oh das wird cool ach man ernsthaft ok wir müssen weiter weg verdammt ja das sind leider gefährlich die coolen spielzeuge hier und da wurde was drauf gekritzelt ok ja die eskimos die können so was so ok ist dann wohl für das nächste genau hui nix da oh was hat ihr denn oh schneebälle die laufen können oh sind die süß die sind ja echt süß ok ich will so viele als haustiere hier in diesem spiel so viele sind echt süß oder als blühstier das wäre auch cool ich hoffe so was gibt es das wäre echt schön so du bist frei ok dann machen wir so viele typen für das hier und alle wurden eingefroren mit der gleichen pose alles klar pass auf wir helfen dir die wand da vorne hoch zu klettern so kurz was getrunken und ja ist ja nix neues das ist ja nix neues und der hat das hier ok versperrt und was geht hier so ab dieser schädel da was denn hier gestorben ach was hehehehe ok das ist ja cool danke ja mit teamwork schaffen wir alles teamwork ist wichtig dankeschön ok das bringt auch nix kwanirama tabge da hätte ich mir auch denken können sorry ich muss das tun bei diesem schnabel bei diesem schnabel rein zu laufen ist keine gute idee ok und dass da glitzert ach ich lerne nicht dazu aber diesmal hat es gezählt warum auch immer hm das ist ja seltsam nein nicht der Drecksack schon wieder hey du da friere hinein und da mach kaputt da tust du uns allen einen Gefallen hör auf zu spielen mach den Drecksack da kaputt ok ja Drecksack und Drecksack gesetzt sich gern da sieht man's ja wer ist denn da hm so 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 ok die machen einfach da hehehe ok ja warum nicht haben hier schon die Welt der Robots und wissen dann nicht was tun na toll der Drecksack ist hier was machst du hier so hör auf damit hehehe hallo Spyro ich könnte dir die Überquerung der Brücke ermöglichen gegen eine kleine Gebühr natürlich hm ich hoffe wir können ihn noch verkloppen diesen Typen und Sparks ist auch schon scharf drauf er will ihn was auch immer Sparks tut aber das will er machen mit ihm danke Spyro jetzt kann ich mir die Wohnung in Hurikos leisten die ich schon immer haben wollte na los geh über die Brücke ok das werden wir gleich verbrennen gleich in die Luft jagen ok das war cool das war echt cool ok das bestimmt ja ein Typ der schwarze Künste drauf hat und hat den beschworen bestimmt so denn er hat das beschworen und tschüss oh ist aufgegangen in Säure ah ist giftig hier passt auf ihr Schneebälle die sind gefährlich ok da hätten wir alles da können wir über die Brücke da unten ist so einiges da geht die Action ab äh was zum ok wir brauchen da erst das Ding müssen hier noch weitermachen so wie sieht es überhaupt aus hier 400 2 und Talisman alles klar oh die sind echt so süß ich will die mit nach Hause nehmen jetzt sofort so nein ich habe einen erwischt verdammt da kam einer raus ok lass das ich will hier schön einsammeln schön in Ruhe ok hier ist auch eine Brücke schön da brauchen wir diesen Drecksack nicht ok oh das sind echt die kurzen Flaschen cool so was geht hier ab mein Schneeleopard ist weg ich war angeln und als ich mich umdrehte war er nicht mehr da hoffentlich haben die Käfer George nicht gefressen ok zwei Dinge erstens wundert mich nicht dass er weggelaufen ist weil angeln ist langweilig vor allem wenn man nicht selber angelt und zweitens warum sollte ein Käfer Leoparden fressen was für Käfer denn wot wo sind die Käfer die machen Platt hier da hole ich hier Insektenspray raus und dann ist fertig und zwar das hier oh Schneeleopard ok er ist klein dann kann ich es verstehen dann kann ich es durchaus verstehen was machst du denn da hallo was machst du da musst du dich reinfangen oder wie was hast du denn hier für ein heißer Warne Move gehen wir mal hier schön wieder zurück Schluss mit Spielen und da können wir angeln so da hast du Essen du hast was gefangen äh ok das funktioniert so nicht was soll ich ja tun mit dem ok das kann ich nicht mitnehmen diesen Fisch hätte sein können Fisch nehmen und dann jagt er uns hätte sein können warte ich helfe dir beim jagen so glaube ich wollte selber angeln und ist deswegen weggelaufen na bist du zufrieden komm er folgst du mir jetzt er folgt mir jetzt ok so wissen die sein Meister ok warte komm mal mit ich zeige dir das angeln wie das geht ist ganz leicht so was darf ich noch Feuer spucken können aber es geht ganz leicht hier du hast George gefunden zum Glück geht es ihm gut ich passe ab jetzt besser auf ihn auf ich habe hier dieses runde glänzende Ding das ich beim Angeln gefangen habe du kannst es haben na dankeschön kannst du ja nicht reißen schön so viel Spaß George und tschüss ok und mal kurz schauen habe ich da vorne was übersehen habe ich hier was übersehen nicht mitgenommen aber ne alles ist sauber schön gut das hätten wir die Aufgabe hätten wir gelöst dann hier unten ist nix ok dann kommt ihr dran so du bist befreit na verdammt da bist du nicht kommen sie kommt zurück hier und ihr lacht nicht drüber nicht überlachen hier die haben nicht mal was gemacht ok der ist befreit dich nehme ich noch mit so können Laster öffnen ok die komische Eiswesen haben hier Terror gemacht so ihr seid frei danke Spyro halte dich kurz fest und Achtung da unten was ist los was machen die ah verstehe cool na so läuft's konnten die konnten die Deppen mich nicht rausholen ohne einen tonnenschweren Schneeball auf meinen Kopf zu rollen nimm diesen Kristall ich hab dafür ein paar Hockeykarten eingetauscht hm ok alles klar keine Hockeykarten für die ah ich glaube da wird der abgelöst der Schamane so und offenbar konnten sie das nicht cool oh das hätten wir das wird verbrannt alles wird verbrannt hier ok das war's das war cool dann kommt das hier noch so yay schön so das hätten wir mal schauen was da oben noch ist und sehen noch was interessantes die stehen einfach nur noch so rum alles klar tschüss macht mal die können sie ewig rumstehen und angeln und dann weiter rumstehen ich glaube wir machen die nicht ok das hätten wir und was läuft hier so eins von achtzehn ok ah das wird ja leicht und dem ist langweilig so allen ist langweilig hier ja was ist hier los ok da müssen wir fliegen ok verstehe ich verstehe wir müssen es schnell tun wir haben früher Besucher durch diese Höhlen geführt aber jetzt vermehren sich hier die Käfer es ist nur eine Frage der Zeit bis sie unser ganzes Dorf überrennen kannst du sie vielleicht für uns verjagen ok ich sehe schon sie vermehren sich sehr schnell gerade jetzt fügeln sie wieder rum toll aber denk dran sie alle möglichst schnell zu fangen wenn dir welche entwischen vermehren sie sich weiter ja auch wenn sie alleine sind sie können das tun röste alle Käfer benutze ja ohne das geht's nicht so dann mal schnell alle platt machen hier so die komischen Käfer keine Mat die sind wie die Pest genau so ja hab ich eins verpasst da ist mir eins entwischt so aber die spawnen eh neu das heißt der von ganz am Anfang kommt wieder neu dazu und ja sollte dann hier egal sein und ich brauch das nochmal ach du hast uns vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt nimm diese Kugel als Zeichen unserer Dankbarkeit ah dankeschön so das hätten wir perfekt da freue ich mich geil wir haben es geschafft ok wir haben alle Kugeln alles klar aber wir haben noch nicht gerade Edelsteine da fehlen noch ein paar sonst haben wir alles hier ok gut können dann hier wieder 100% beenden perfekt na es war nicht gut da hätte ich vielleicht oder reicht das aus na reicht aus ok brauchen den Superflug nicht es geht auch so ok alles klar das hätten wir na verdammt ja an dieser Stelle hab ich Mühe so gib essen hier es tut mir leid ich muss es tun ich muss mich heilen ich mag das echt nicht gerne das mache ich nicht mit einem Lachen so wie ist ein Unterschied bei mir jedenfalls ja ok wir können nach Hause gehen wir können nach Hause gehen und hui na komm so da haben wir eine Menge geleistet was na typisch Eskimus genau so was machen die immer alles klar das machen sie den ganzen Tag jetzt und der arme Schamane muss es ertragen ok wir sind schon sehr weit gekommen in dieser kurzen Zeit so gut so noch bisschen aufwärmen vor der Aufnahmepause ok macht ja auch viel Sinn gut wir haben eine Menge geschafft in dieser kurzen Zeit tja da bin ich schon mal gespannt auf mehr und mal schauen ob da noch was kommt oder nicht hm der Kampf gegen Riptor selbst und der klaut dann noch eine Burg mit Levels na wer weiß ok tja dann bis zum nächsten Mal tschüss Bugs tschau